Wenn ich um drei Schulhofs habe, dass ich dann ewig warten muss, bis ich nach Hause komme. Es ist dreiviertel vier und eine dreiviertel Stunde warten, das ist einfach zu viel. Ich komme mit meinem Bus um drei nicht nach Hause, also muss ich immer wieder, also lange da schon mit einem Bus kommen. Ich fahre seit fünf Jahren mit dem Bus und jedes Mal wenn ich bei diesem einen bestimmten Busfahrer meinen Busausweis nicht dabei habe, dann lässt er mich meine Adresse und mein Alter und meine Klasse aufschreiben und ich weiß nicht zu was das gibt, auf jeden Fall muss ich dann meine Busfahrt bezahlen. Und wenn ich kein Geld dabei habe, was häufig der Fall ist, dann muss ich mir im Bus Geld zusammensuchen und einmal hat er, als ein Mädchen in der sechsten Klasse kein Geld dabei hatte und auch niemand anderes im Bus dazu da war, ihr Geld zu geben, musste sie wieder aussteigen und durfte nicht mit diesem Bus fahren. Im Sommer machte er immer die Heizungen an und im Winter machte die Heizungen wieder aus. Nur seine Heizungen ist immer an. Im Sommer machte er immer die Heizungen an und im Winter machte die Heizungen wieder aus. Nur seine Heizungen ist immer an.